1968 ist immer das Jahr, auf das sich alle konzentrieren, was so ein Mythos ist, weil es dann die Zäsur ist, das große Ereignis der Bundesrepublik, eben die rebellische Situation und danach hat sich die Republik, so heißt es, in der Legende und so hat es sich auch festgesetzt mittlerweile und dann hat sich die Republik im Grunde geändert, modernisiert, war nicht mehr so piefig, war nicht mehr so spießig. Da waren wir, also in diesem Institut einige von uns, die sich historisch beschäftigt hatten, also mit Gesellschaftsgeschichte, mit verschiedenen Bereichen der Gesellschaft, immer schon ein bisschen misstrauischer, weil vieles von dem, was man mit 1968 verbindet, also auch neue Strömungen in, beispielsweise im Filmbereich oder in der Literatur, im Theater, aber auch in der politischen Theorie, übrigens selbst in der etablierten Politik, also auch in der Ostpolitik oder so, dass diese Dinge weit früher begonnen haben, also bei Romanen, die sich auch kritisch auseinandersetzten mit dem Nationalsozialismus schon in den späten 50er Jahren. Aber was uns aufgefallen war, bei ganz anderen wissenschaftlichen Forschungen, die jetzt gar nichts mit 1968 zu tun hatten, Parteigeschichte, soziale Bewegungsgeschichte, politische Theoriegeschichte, das 1964 ein Jahr war, in dem sich markant viele Sachen gebündelt haben, die man eher mit 68 assoziieren würde. Und das war für uns sehr anders, dieses Buch zu schreiben, weil man das dadurch auch anschaulicher machen kann. Man pointiert die These mit 64, man spitzt natürlich vielleicht auch ein wenig zu stark zu, weil nochmal einige Dinge auch 63 oder auch erst 65, andere sogar 58 schon gekommen sind, aber das hat dann so eine didaktische Funktion, um auf irgendetwas hinzuweisen, auch wenn natürlich einige Rezensionen genau diesen Punkt ansteigen werden, dass man um Himmels Willen doch nicht 64, sondern was weiß ich, 63 nehmen könnte, aber das ist so gewissermaßen die didaktische, aber auch nicht nur didaktische Funktion, sondern 64 war wirklich viel, was man damit verbindet mit 68. Zum Beispiel haben die Stones, die Rolling Stones, ihre erste Langspielplatte gemacht und man verbindet ja sehr viele Songs, die Attitüde auch der Stones, dieses etwas Aggressive, das Rebellische, manchmal auch das Wütende. Das ist ja so gewissermaßen die Begleitmusik der Demonstration von 68, aber es ist eben 64. Bei einem Beitrag, den ich jetzt selber verfasst habe, das war mir vorher auch gar nicht so klar, also der große Theoretiker der 68er, nicht nur in Deutschland, sondern durchaus weltweit, war Marcuse und sein Buch, also seine Bibel so nannte man das dann damals und lange Zeit danach, also das politische Protest war, der eindimensionale Mensch, ist 1964 erschienen und nicht 1968. Und 1964 war er auf dem Soziologentag in Deutschland und da haben ihn zum ersten Mal viele Sozialwissenschaftler und viele Studenten, da glaube ich waren insgesamt 300 Studenten, etliche davon, vom SDS zum ersten Mal gesehen und kennengelernt und daraufhin gelesen. Und 1968 war der Zenit längst überschritten, da wollte man schon gar nicht mehr recht Marcuse hören und ihm folgen. Also 1964 war der Punkt auch bei ihm und da gibt es bis zum Minirock, der gewissermaßen da seine große Zeit gefunden hatte und ja auch für viele so als Ausdruck einer neuen Lebensweise der Emanzipation nicht mehr das Spießige dann sein sollte. Übrigens als letzten Punkt gerade, wenn man so sagt, was ist so richtig, was ist so richtig pointiert, dann also die Parole von der Bildungskatastrophe, die damals von Picht ausgerufen worden war und die ja dafür steht für Bildungsreform, also nicht 68, 64. Also wir Babyboomer, zu denen ich ja nun auch gehöre, wir haben natürlich eine Menge Weltbilder, Sichtweisen, Beurteilungsmaßstäbe aus der damaligen Zeit, als die Gesellschaft jung war. Das ist die Zeit, in der wir groß geworden sind, das ist die Zeit, in der wir uns zum ersten Mal verliebt haben und die wir dann als die rebellische Zeit, die Zeit der Veränderung gesehen haben. Und wir beurteilen das immer so, auch heute noch. Und ich frage mich oft genug, meinen wir das eigentlich ernst? Wir verstehen uns ja immer noch als furchtbar jung. Mir ist das als Politikwissenschaftler, diese Ambivalenz, immer wieder aufgefallen an der Frage des Charismas. Also da ist ja immer wieder so eine Klage, die Politiker heute, die haben gar kein Charisma. Das kann man ja jede Woche einmal irgendwo in einer großen Zeitung lesen. Und was ist denn eigentlich das Charisma? In einer jungen Bevölkerung, in einer jungen Gesellschaft, da ist der Charismatiker immer so ein bisschen ein Draufgänger, ein Visionär, jemand, der zu neuen Ufern aufbricht. Das ist unser Verständnis auch. Da denkt man irgendwie so an Willy Brandt und einige Ältere denken dann auch an Kennedy und die Nächsten an King, der dann bei uns allerdings auch vorkommt und so weiter. Und dann fangen wir an zu jammern, dass es den gar nicht mehr gibt. Aber würde eine Gesellschaft von heute, wir sind das Produkt gewissermaßen dieser Zeit, über die wir geschrieben haben, wirklich noch einen Draufgänger haben wollen, einen großen Visionär, der uns irgendwo zu neuen Ufern führen will. Wir mit all unseren Malesen und Bandscheiben vorfüllen, zu den großen Märschen in das neue Nirwana ist alles Quatsch. Aber gewissermaßen dieser Quatsch ist auch Produkt einer Zeit, über die wir da geschrieben haben. Das ist ein Zitat des inzwischen ja verstorbenen, sehr renommierten Soziologen Ralf Darendorf, der 1964 einen Modernitätsrückstand in der Bundesrepublik beklagt, weil, so schreibt er, diese Republik, jetzt kommt das Zitat, unter allen modernen Gesellschaften das Land ist, in dem am wenigsten von den Ungleichheiten der sozialen Chancen gesprochen wird und diese Ungleichheiten dennoch ausgeprägter sind als andernorts. Das ist ein Zitat, das hätte man auch heute Morgen irgendwo in der Zeitung lesen können, wenn es da ein Teil war, Uni oder Campus oder Bildung gegeben hätte oder ein Företung, hätten wir auch vor zehn Jahren, vor 20, vor 30 Jahren lesen können. Es ist über 50 Jahre her, es ist ein halbes Jahrhundert her und die Klage ist bis zum heutigen Zeitpunkt völlig identisch. Daran sieht man, wie wenig sich auch in dieser Zeit des rasanten Wandels insgesamt in diesem wichtigen Bereich geändert hat.